Puppelt dennoch auf wenn du die die in den Kopf schießt hier. Na hoffentlich. Ich bin mal gespannt. Ja los geht's. Wo sind sie? Ich höre es doch. Also die Flieger ins sind nach oben. Ja ja, also wenn die... Und das soll das schon sein? Was? Die werden also groß und fliegen hoch. Ja, tatsächlich. Guck dir den Fenster an. Ja, jeder Flieger. Aber die halten auf jeden Fall mehr aus. Die sind nicht One-Heads. Die sind sehr wach. Bei mir schon. Na gut, das ist doch der kranke Räuber, den ich hab. Na gut. Da klappt er. Haha. Mein Gott. Wie fliegen. Das macht's ja easy going. Wenn das bloß so ist, dass die... die Luft katapultieren muss. die Luft katapultieren muss. Haha, jeder fliegt da hoch. Ne, weißt du was ich glaube? Warte. Die regenerieren sich dann auch wieder. Dass die kleiner werden. Also weißt du? Muss mal auf so'n Fenster schießen. Du bist der beste Teamplayer. Ja du, das kann sein. Aber naja. Also ich hab jetzt auch das Gefühl, dass die mehr aushalten. Weil die sind nicht One-Head im Kopf mit der Waffe, die ich hab. Ja. Das kann dann durchaus sein. Weil wenn du einmal triffst, dass du dann zwar Schaden machst, aber dass das dann wieder langsam runter geht. Weißt du? Ja, kann sein. Dass die sich so regenerieren. Ja, gut. Hä? Ja. Das ist mal neu. Alter, was ist das denn hier? Du hast ja gar kein Geld hier. Nee. Ich muss auch noch mal ne Runde spielen mit denen. Das ist äh. Naja. Alter. Haben wir sonst nichts zu tun. Genau. Gehen wir mal hoch an den Platz da. Mach mal hier Tür zu. Ja, auf hart gibt es nicht so viel Geld. Ne. Merke ich schon. Und vor allem wieder nur sieben Runden. Das wird ja... Boah. Wollen wir mal gucken bei so nem Fettsack. Wollen wir mal gucken wie das jetzt funktioniert. Hatte ich eben so das Gefühl. Na, wir können ja vielleicht einen überlassen oder so. Du bist ja ruckzuck durch. Ja, da haben wir ja jetzt schon gleich 100. Dachte ich! Guck mal! Die regenerieren sich. Das ist ja krass. Ja, die werden wieder kleiner. Ja. Ja. Oh, das wird ja belustig bei Heinz. Den Crawler hält aber auch ganz schön aus, du. Boah, ja, ja. Ja... Opa. Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Hoppala. Ja... Ich hab noch keine Medikpistole, ja? Ich auch nicht. Aua. Ich muss noch kurz ein Stück weg hier, ja. Mein Gott. Ah, ich muss mir jetzt schon die Bullpop mal holen, das geht so und ich brauch mehr Bums hier. Auch wenn's so ein bisschen ist. Ich hol mir jetzt auch schon die Deagle, also sonst geht's sonst nicht. Ja, was ist das denn? Jetzt hat er sich beide verkauft. Oh mein Gott. Haben sie sonst die geändert? Du kannst die Waffen nicht mal einzeln verkaufen. Hab ich schon. Gestern, vorgestern oder irgendwann gesehen. Das ist ja mega kacke. Super ey, ich dachte ich kann doch... Alles Absicht. Alles weg ey. Das war ja verbuggt, das war ja das Coole. Wenn du einen verkauft hast, wird die andere wieder voll. Ja. Super ey, hätten sie auch anders lösen können. Tja. Weekly Outbreak of Hard. Na dann. Das wird bestimmt lustig bei den Flashpounds und so. Bei den... Ja, die werden richtig gut ausfallen. Bei den Trosten. Da wirst du bestimmt richtig Poco Clash bekommen dann. Haha, komm mal. Weg ist er. Nein, da. Ja. Nu f Finishing the job. A-ley. Okay, damit der, der satur-lig ist und dem weg ist noch ein. Hände in den Kopf, ja das kippen wir auch Boah, jetzt war das sowieso ein Crawler auf wenigstens auf dem Kopf davon so gut Ne, ne, ne denkste Also die Crawler halten definitiv tief mehr aus Ja, die halten alle mehr aus Oha Ja, wenn ich die nicht auf dem Kopf Ich muss jetzt nicht aufpassen Ich muss die Kopfschmerzen verdienen, aber die auch nicht stehen Dann Wachen wir mal die Sirenen hier Das war auch ne geile Technik Du wenigstens auch hier Helfer regenerieren würdest Höh Du bist auch dicker wenn du keine Helfer mehr kriegst Hm, weiß nicht, ich war vorhin Habe ich ja wenig gebt Nicht drauf geachtet Mach jetzt Medic Pistole hier noch Joa mach mach Ich hier noch nicht, ich kann noch nicht Kein Geld Also ich hab schon Geld, aber ich brauch auch Waffen Übersporn, ja Ja Ich hab halt nur eine Diegel Das lohnt sich hier noch nicht Es ist wie ein Abattoir in hier Oh Gott, das sieht wie ein Knackers Yard Time's almost up Was ist die Ideen die hier kommen? Bin ja interessant Ich kann übrigens auch hier die Centerfire spielen als Ganslinger Ich kann übrigens auch hier die Centerfire spielen als Ganslinger Och Hm Du lieber Himmel Wie war das mit den Perkwaffen? Ne? Ja, ist ja ganz Ganslinger Ja klar Weil so Zweifer sind die Probleme mit einem Knackern Ja ja, definitiv Weil er so lustig nachladen muss Wie die hier oben verplatzen, ne? Das ist geil, ja? Hier kommt der ganze Schnurter runter, boing Wo? Den lassen wir uns über her, ja? Der kommt so gut Den lassen wir uns über, ja, aber der wird auch uns gebrochen Ja, sie schauen direkt, boing Aua! Ich glaube, wir haben das noch Ich hab' bei mir Boah, mit der 9mm ist echt verloren Da hat ihr Die bringt gar nichts Die kitzelt ja nicht mal Die werden nicht mal größer, aber deswegen Naja, ne ganze Bullpop in den Kopf Und dann war er auch tot, der Sprake Aber der macht schön Ja, der wird schön dick Ich weiß, Feuerberg Du warst, wie war er wegen der Welle? Ich hab' jetzt grad ne Zyste geklötet Boah, alter Schwede, ey Der Fett sagt, wie schnell der regeneriert Ich muss auch Die Zyste hat 5 Ich hab' dir alle 15 und ein Millimeter Schuss in den Kopf gesetzt Dann ist der erst umgefallen Also die halten auf jeden Fall mehr aus hier, das ist klar Und die regenerieren sich, muss auch immer So, jetzt hab' ich auch mal Geld Guck mal Tja Wieder nix machen hier Bleibe noch so Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich überhaupt holen soll Jetzt die Magnum Oder Die zweite Desert Eagle Na, warte mal, mach mal du jetzt hier Und dann hol' ich mir nix so Runde mehr Und dann kriegst du den Rest gleich Also nächste Runde geb' ich dir alles dann Jo Gib mal her, kriegst du ne Grüne Oh ja Schick, schick Die Zeit muss sein Die Zeit muss sein Die Zeit muss sein So Dann hab ich ja voll umsatzbeinacht geworfen Bei einer Granate war der schon auf 10% runter Oh ja, sauber Ja gut, das ist halt hart jetzt, ne? Ja Hinter die Ja, hinter die auch Ich hab' andere Ich bin nicht so Viel Glück Wie sie sagen Ne, dick wirst du irgendwie nicht Ne, ne Fand ich letztens cooler, wo du kleiner wurdest Ja ich hab' das gemacht, das war echt cool gemacht Ich stell' vor allem So ab 10 AP fängt auch noch zu fliegen Heb' sie leicht ab Wir können sie wieder öffnen. Juhu und Tschüss. So, Munition habe ich genug. Hier, nehmt man schon mal. Bring up the trading controls and upgrade your gear. There are Zs on the scope. Must close the pod very soon. Hast du noch ein Skin für die Magnum Revolver? Ja, hier diesen ganz einfachen Schlangen-Dings. Achso, ja da nicht. Da siehst du ja auch nicht viel drin. Die anderen waren mir noch nicht so, dass ich mir denke, naja, ist zu haben. Ich finde auch, da gibt es nicht so tollen Skid für. Die sind alle irgendwie hässlich. Ja, selbst der gelbe, ich weiß mal auch nicht. Das war nicht das Trial, ne. Ich habe gerade mal so die SCAR hier, ja. Ja, das ist echt schlimm auch fast. Ich habe einfach kein Geld. Wir sind jetzt auch nur zu zweit und brauchen noch weniger Gegenteil. der Schlag von unten. Ich habe nur ein einia, ja. Der Flashback von unten. Eine Granate, Bums, weggeflogen. Braubar. Hast du auch mit drauf geschossen? Ja, aber nur ein Schiff, glaub ich. Das hält ja mal auch nichts aus. Ich hab nicht mehr auf die Dings konzentriert. Mein Gott. Was ist denn post das? Boah, die Fettzecke, die halten wieder viel aus, finde ich. Ja, das geht jetzt, also. Gut, ich hab ja auch den Revolver, ne. Da ist der Kopfschuss ja... Keine Ahnung. Ja, easy going. Das geht, also klar. Das ist ja nur der letzte. Husten. Hier. Tschüss. Mein Gott. So, du hast jetzt erstmal, oder? Ja, ja, ja. Ja gut, dann hol ich mir Munition. Das war letzte Runde hier. Ich kann nichts machen, außer Munition. Ich komm jetzt. Ich hab nur nur eine Wasser. Oh, da kommt plötzlich Geldregen. Schön. Was wollen wir machen? Kann ich mir doch die Spitfire holen? Nein Gott. Oder eine Duel. Ach hier, Duel machen wir uns. Ich jetzt erst. Das geht auch. Ja. Dann ist der Scrake easy one hit. Ach guck mal, jetzt noch Munition. Läuft. Bleibst du oben? Ich stell mich jetzt hier unten. Ja, okay. Verteilt sich das ein bisschen. Ist nicht so aufdringlich penetrant hier, glaub ich. Ja, sehen wir dann, ja. Oh. Time's up. Go kill some Zeds. It's here! Es ist raked bei mir, aber ich mach den schon. Mein Gott, ich glaub, der hat jetzt sechs oder sieben Schuss gebraucht aus seinem Magnum, da war der weg. So krass Ich will nur mal überlegen ob ich im Kommando jetzt bleibe Oder ob ich äh... Nee ich kippe das ja Das kommt dann hier oben beide Wenn ich die Granaten habe Ja so viel ich hab die beide geschüttelt Haha 47 Warte Tick! Reload ihn! Also irgendwie das was die Kleinen jetzt mehr ausweiten Die großen ausweiten, glaube ich Also wenn du noch Geld über hast Woll ich mir gerne noch ne... Ich hol nur eben Munition Keiler Kopf So warte, wo bist du? Kannst du mir das Geld wiedergeben wenn du noch was hast? Ja Brich mir noch Rüstung Na ob das so gut geht ey Wir haben wir sehen Voll wenig Zets guck mal Na? 300 nur Das ist zweit Komm hoch hier ist immer geil wenn die hier unten rumlaufen Kannst du immer schön draufballern Na Hansi Ja ja sei ruhig Pushed I shall feast on your defeat Is inevitable Die triple oops Sieh sehen Lass sagen Auowau Die Rafael 3 3 4 6 6 8 1 2 Oh mein Gott. Mein Gott. Ich bin der Out wieder. Oh, super. Haha, hat mich nicht hingekriegt. Iiii. Ich werde gleich sterben. Ja, aber jetzt... Ich werde gleich sterben. Ja, nix. Loch, 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 Loch. Hier, Kaffee. Was ist der Oushil? Oh, der reguliert sich, der Lumpen. Pass auf, Messer. Oh, nein. Ne, ich hab den nicht getötet. Ich war doch Lave. Ja, also bei mir hast du noch geschossen auf den. Ich hab gemessert, aber... Ja, ist egal. Ja, Hauptsache war. Oh, das ist echt krass, der regeneriert auch. Wenn du nicht dran bleibst, dann aber... Na ja. Na dann? Na dann? Oh, oh, oh. Oh, SG 500. Dosh. Mint. Boah, ich hab ne... ... ein Kackgewhl. Ein BloodCAMRO Battle-Skart bekriegt. Wow. Aber den kann ich verkratten. Mega geil. Weil der ist nämlich hier dunkelblau. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Money, money, man. Den kannst du bestimmt für 9 Cent verkaufen im Shop. Oh, richtig. Es läuft immer. 5 Cent, 5. Hey, ich glaub der ist sogar... Is sogar mehr, aber 11 oder 12 ist der. Oh. Aber ich hab den ja selbst. Aber, sie, hier Handpümpchen und so... Mach mal. Setz mal auf. Wo, wo denn hier? Geht noch nicht. Im Inventarmenü.